Ja, hallo liebe Leute, wir sind natürlich immer noch live von der Venus Berlin 2012. Wir haben jetzt hier eigentlich ganz einen schicken, knackigen Menzripp am Start. Der ist aber nicht nur Menzripper, sondern ist auch in der Akrobatik- und Artistik-Schiene unterwegs. Und den Rest verrät er uns einfach mal selbst, das ist der Marcello Bravo. Ich bin der Marcello Bravo, ich bin aus Wien, mache Menzripp, Theater-Shows, Akrobatik-Shows, Erotik-Shows, Porno-Shows, nur wir haben alles zu kombinieren. Ja, und was wir natürlich wissen wollen ist, was ist deine Aufgabe hier auf der Venus Berlin 2012? Ja, wir haben einen Ladies Club, das heißt, da dürfen nur Frauen rein, wir sind vier Männer. Und da gibt es halt den ganzen Abend Menzripp nur für Ladies, sozusagen eine Ladies Night. Uh, also geht ganz heiß ab, ne? Ja, da dürfen keine Männer rein. Oh, also für die Paare da draußen, ja, lasst eure Frauen bloß nicht in diesen Raum rein, weil ich glaube, weil hier so geil, schön Männern, die so gut gebaut sind und dann vielleicht auch noch ihr Teil dann so zeigen, dann geht es ganz schön heiß hier und, also da bin ich meine Frau, wenn ich eine Frau hätte, nicht alleine lassen, Männern, naja. Justierend kam auf der Venus, gegessen wird zuhause mit Mädels, nicht auf die Heli hören, kommt zu uns, habt euch einen Spaß und die Vögel wird zuhause. Na, das ist ja mal eine Aussage, würde ich sagen, von Marcello Bravo, oder? Live von der Venus Berlin 2012 und ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Wir sehen uns auf der Ladies Night.